Halli, hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem kleinen Video. Es ist ein neues Fahrzeug im TSW, das entwickelt wird. Hier hat der PayWare-Hersteller Influenzo im Rails-Inforum dieses Foto hier gepostet, diesen Screenshot mit der Frage, welches Fahrzeug hier dargestellt wird. Wir gucken uns das Bild etwas genauer zusammen an. Ich vergröße das mal ein bisschen. Wir sehen hier auf jeden Fall einen verkehrsroten Streifen und halt eben das Fahrwerk hier unten dran. Influencer hat geschrieben, die Profis unter euch werden es sofort erkennen. Leider bin ich nun mal kein Profi, aber dementsprechend spiegele ich die Frage an die Community hier zurück, die zugucken. Welche Lok könnte das sein? Ich persönlich glaube, es könnte vielleicht die 146.1 sein. Es könnte vielleicht eine 141.1 sein. Gibt es verkehrsrote 141.1 sein oder eine Einheits-Lok. Aber ansonsten ist es halt recht schwer, meines Erachtens hier irgendwas noch zu sagen, was es sein könnte. Aber eben entsprechend die Frage an euch, welche Lok ist das? Welches Fahrzeug könnt ihr dort erkennen? Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also wir haben jetzt praktisch ein neues Lok-DLC, das von Influenzo und vermutlich zusammen das Ganze mit TSG, mit Trains in Germany, zusammen gebaut wird. Und ja, hier im Rails im Forum gibt es einige, die haben wir jetzt hier schon vermutet, eine 218, eine 146.2. Also man weiß es noch nicht. Sollte es mehr Hinweise geben, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe und lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr glaubt, welches Fahrzeug das ist. Ciao, ciao! Ciao!